Was machst du da? Ich suche. Ist das der Komet, der im Park eingeschlagen ist? Ich kenne dich. Du bist der Mondmann. Das weißt du, wenn du es findest. Diese Nacht wird uns alle verändern. Uns und die Welt, die wir schufen. Denn heute Nacht fiel vom silbernen Mond ein flammender Stein auf die Erde. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auf. Etwas Unbekanntes hat sich wie ein Virus unter uns ausgebreitet. Wie ein Geschwür. Aber der mächtige Körper des Staates hat auch ein starkes Abwehrsystem. Die mögen nicht das leuchten? Das mögen schon. Das weitere Unbeamil ist ein schönes Licht erkehren wird. Überst du fast ein chwürgen? Vielen Dank.